Der Künstler, der als Botticelli in die Kunstgeschichte eingegangen ist, hieß eigentlich Alessandro di Mariano Filippepi. Ein älterer Bruder von ihm litt an Fettleibigkeit, deswegen erhielt er den Spitznamen das Fässchen, eben Botticello. Dieser Name ging auch auf den jungen Alessandro über. Gemeinsam mit Leonardo da Vinci und Michelangelo ist Botticelli das dritte Genie, das im 16. Jahrhundert in der Toskana geboren wurde. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte ... Die Inhalte ... Die Inhalte ... Untertitelung des ZDF, 2020